und direkt checkpoint was mag ich ja gar nicht so 1000 von ausgängen ich will dieses besondere talent hat immer den falschen zu nehmen und erst ganz am schluss den richtigen was auch immer dies hier bringen mag das war komisch passt bei hey mann plattform ist wieder wieder diese einfachen sachen wo ich ewig lang probleme so eine ägge sekuts schon mal gut an schließlich schlüssel nehmen wir doch gerne moment ich will erst mal die rechte seite schauen was da schön ist ja ja Sterne. Gut. Moment. Ne. Ah, nix. So, sind wir wieder hier? Gibt es überall Türen, ne? Kann das sein? Ja. Ich gehe aber erstmal hier, wo der Schlüssel ist. Soll ich die Möglichkeit sein, dass ich gleich am Anfang die richtigen Weg genommen habe? Oder gibt es überall solche Schlüssel? Ich weiß es nicht. Und nochmal schöne Sternchen. Da haben wir ja auch die Maximalpunktzahl. Ah, ja. Da brauchen wir natürlich noch einen. Na dann. Den finden wir dann wahrscheinlich da oben oder unten. Ich gehe erstmal nach oben. Oh ja. Oh, ein Kugel-Milli. Boah, wie stylisch. Da scheppert's. Ah, auch ein alter Bekanter aus Super Mario Bros. 2. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Dieser komische Maulwurf hier. Hab's vergessen. Nein. Nein. Der Cloud Baby. Kann sein, dass man den gar nicht killen kann. Nein, kann man nicht. Kann man nur flüchten. Er rennt mir nach. Der Sack. Oh, die kleiner. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Dreck Sau. Toll, da hab ich jetzt keine Munitione mehr. Aber jetzt. Nein. Ah, der kommt schon wieder. Weg. Nur noch weg. Egal. So. Wo geht's hier hin? Boah. Das ist ja mies. Schwier so einen Führer. Oh, das kommt ja auch noch. Angeschissen. Aber jetzt. Weggelost. Toll, da komm ich grad her. Kann ich nochmal ehrenrunde drehen. Wie beim Biathlon. Ach, ist das knapp. Da unten muss ich hin. Da unten muss ich hin. Ah, ist das scheiße. Ich weiß gar nicht mal wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht mal wo ich hin muss. Gehen wir mal einfach hier hin. Klar schon mal nicht. Gut. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Sau. Kommst du zu mir. So Schlüssel habe ich schon mal. Dann kann ich auch wieder zurück gehen. Wenn ich noch weiß wo es zurück ging. Hier jedenfalls nicht. du hast auch nicht hat es wirklich ja sie ist so blöd lässt sich hier das kind klauen muss den counter erst mal wieder nach oben sehen lassen sonst habe ich hier ein problem auch bitte das war eben richtig ich guck mal hier unten ist das hier besser blöd als leben geht es ja gar nicht also ich habe viel laba vor uns was So. Come fly with me, come fly away. Oh, nö, oder? Ah! Nee, ist mir zu blöd. Guck mal, was hier unten ist. Ah ja. Da erwarten uns also diese hier. Nicht sehr schön. Na ja, da kann ich es aufkennen. Oh, oh. Ich bin etwas gradlos momentan. Das war ja noch bescheuerter. Also, versuchen wir es mal hier. Die lustige Lava-Welt. So. Das hat ja ganz gut geklappt, eben bis zu dieser blöden... ...Plattform. ...Waahhh. Oh, es dum! Ja, so. So, schön. So. Tod. glück als verstand großartig jetzt noch munition hat sonst wäre es sehr schlecht gewesen können wir weiter wir müssen wahrscheinlich alle ebenen durchgehen schlüsse schau mal natürlich das frage ich auch so saublöd gut dann gehen wir jetzt noch mal nach unten rechts schlüsse 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 ich träum doch wohl ich träum doch wohl wie ich mich